Im heutigen Video werden wir mal die Ziffern von einem Integer sortieren. Bleib unbedingt dran, es wird spannend! Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und das hier ist das bereits 18. Türchen unseres Programmieren-Starten-Adventskalenders. Ich möchte mich zu Beginn erstmal dafür entschuldigen, falls man im Hintergrund Baulärm hört, denn vor meinem Fenster wird gerade gearbeitet und ja, da müssen wir jetzt leider mit klarkommen. Aber ich denke nicht, dass es so schlimm ist und wenn ja, dann tut es mir leid. Im heutigen Türchen habe ich eine weitere Challenge für euch und zwar geht es heute mal darum, die Ziffern von einem Integer zu sortieren. Nehmen wir mal an, wir haben folgenden Integer, wir haben hier den Integer num und das ist jetzt einfach mal 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Und was rauskommen soll, wenn wir diesen jetzt sortieren, ist ein neuer Integer nam 2 und das ist dann einfach die Zahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also dieselbe Anzahl an Ziffern und wir haben hier im Grunde diese gleichen Ziffern nur in einer sortierten Reihenfolge. Und ja, wir sollen hierfür jetzt nicht diesen Integer in ein String umwandeln und dann einfach diese Buchstaben sortieren, die wir dann rauskriegen, also die zeichen im Grunde in dem String, sondern wir sollen das Ganze nur mit Integern lösen. Also man kann auch ein Integer Array nutzen zur Hilfe, aber das war es dann auch an Hilfsmitteln. Und ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt mal, kommen wir einfach mal zur Aufgabenstellung. Kommen wir also einfach mal zur Aufgabenstellung. Schreibe eine Methode sortDigitsIntegerNumber, die eine positive Ganzzahl annimmt. Von dieser positiven Ganzzahl sollen die einzelnen Ziffern sortiert und zu einer neuen Zahl zusammengesetzt werden. Die Methode soll die neue Zahl dann zurückgeben. Ja, das ist im Grunde die Aufgabe. Wir arbeiten wie gesagt mit positiven Zahlen nur und wir sollen hier wie gesagt keine Strings zum Beispiel verwenden und das Ganze dann so sortieren. Wir sollen hier wirklich mit Integer Werten arbeiten. In diesem Sinne würde ich sagen, versuchst du das Ganze jetzt erst einmal selber und falls du Probleme hast oder du deine Lösung mit meiner abgleichen möchtest, dann kannst du auf Weiter drücken. Aber jetzt pausier, denn jetzt fange ich mit meiner Lösung an. Definieren wir also zuerst einmal diese Methode sortDigits unter unserer Main Methode. Wir sagen also Static, wir returnen einen Uint, also einen Unsigned Integer. Wir wollen ja nur mit positiven Zahlen arbeiten. Wir nennen das sortDigits und wir übergeben auch hier einfach nur einen Uint. Diese Methode nimmt nur einen Uint an, denn wir haben ja gesagt, es sollen hier nur positive Ganzzahlen verwendet werden. Dementsprechend nehmen wir diesen Datentyp, ist ja im Grunde dasselbe, nur ohne Vorzeichen und wir nennen diesen Parameter einfach mal Number. So, jetzt müssen wir diese einzelnen Ziffern in ein Integer Array rein speichern, sodass wir sie sortieren können. Und dazu müssen wir erst einmal die Größe von diesem Array berechnen. Wir müssen also jetzt die Anzahl an Ziffern in der übergebenen Number ausrechnen. Das können wir jetzt auf zwei verschiedene Arten machen. Und zwar können wir jetzt zum Beispiel mit einem Logarithmus arbeiten und das Ganze fancy und mathematisch lösen. Wir können hier aber auch folgendes machen. Machen wir hier mal einen Kommentar. Errechne Anzahl an Ziffern. Wir können hier zum Beispiel auch sagen, okay, UintDigitCount ist gleich 0. Das ist die Variable, die die Anzahl an Ziffern zählt. Und dann kopieren wir uns schnell diese Number, nennen das Ganze NumberCopy und das ist einfach Number. Und dann machen wir einfach eine WhileLoop und gehen diese so lang durch, wie NumberCopy größer ist als 0. Und da drin sagen wir einfach jedes Mal, okay, NumberCopy geteilt durch 10. Und dann DigitCount++. Und somit haben wir jetzt schon mal die Anzahl an Digits, also an Ziffern, in dieser Zahl herausgefunden. Die steckt jetzt in DigitCount drin. Das heißt, wir können jetzt unser ZiffernArray erstellen. Machen wir hier mal einen Kommentar. Erstelle ZiffernArray. Und das wird auch ein Array vom Typ Uint. Wir haben hier nur positive Ziffern. UintArray. Digits nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Ist gleich New. UintArray. Mit der Größe von DigitCount. Und dann wollen wir jetzt diese einzelnen Ziffern extrahieren und in dieses DigitsArray rein speichern. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal eine ForLoop. Gehen wir hierher. Machen wir eine ForLoop. For Int i ist gleich 0. Solange i kleiner ist als Digits.Length. i++ und dann sagen wir einfach Digits i ist Number modulo 10 und dann rechnen wir einfach Number geteilt durch 10 wieder, um diese Zahl kleiner zu kriegen. Und so extrahieren wir jetzt quasi alle Numbers, also alle Digits im Grunde, aus dieser Number und packen sie in dieses DigitsArray rein. So, jetzt haben wir also dieses Array aus den einzelnen Ziffern. Das muss jetzt aber auch noch sortiert werden und dafür nutze ich jetzt einfach einen Bubble Sort. Wie der Bubble Sort Algorithmus genau funktioniert, das kann ich dir in einem anderen Video erklären. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich unten. In der Beschreibung kannst du dir ja mal anschauen. Aber der Bubble Sort sieht im Grunde jetzt hier folgendermaßen aus. Machen wir hier einen Kommentar. Sortiere das Array. Und zwar durchlaufen wir jetzt einfach jede einzelne Zahl aus unserem DigitsArray. Wir sagen also forInt i ist gleich 0. Solange i kleiner ist als Digits.Length minus 1. i++. Dann kommt eine innere Vorschleife. Da sagen wir forInt j ist gleich 0. Solange j kleiner ist als Digits.Length minus 1 plus i und dann j++. Und dann müssen wir im Grunde hier drin einfach gucken, okay, ist die aktuell durchlaufende Ziffer größer als die Ziffer vor mir. Also vor der aktuell durchlaufenden. Und wenn dem so ist, dann wollen wir diese Ziffern swappen, also vertauschen im Array. Okay, also if Digits j größer, also die aktuelle Zahl größer als die nächste Zahl, also Digits j plus 1. Dann erstelle einfach ein uint temp. Da speichern wir jetzt mal Digits j plus 1 rein. Und dann tauschen wir im Grunde einfach die Werte dieser beiden Indizes. Wir sagen also Digits j plus 1 ist Digits j. Und Digits j wird dann dieser temp-Wert. Also Digits j ist temp. Und damit haben wir im Grunde jetzt auch unser Array sortiert. Und jetzt müssen wir diese sortierten Ziffern in dem Array zu einer neuen uint-Zahl zusammenbauen. Das heißt, wir gehen hier runter und sagen, erstelle die neue Zahl. Und übrigens, wie gesagt, falls dieser Part jetzt hier verwirrend war oder zu schnell ging, ich habe ein ganzes Video zum Bubble Sort gemacht, wo das erklärt wird. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir erstellen jetzt also hier diese neue Zahl. Wir nennen diese neue Zahl einfach new number. Das heißt, wir sagen, uint new number ist gleich erstmal 0. Und dann machen wir hier eine Vorschleife und sagen, okay, for i ist Digits.length minus 1. Wir gehen das Ganze hier zurückwärts durch. Solange i größer oder gleich 0 ist, mach immer i minus minus. Und dann machen wir einfach folgendes. Das heißt, wir sagen, new number plus ist gleich die aktuelle Digit mal uint. Das, was jetzt hier entsteht, casten wir zu einem uint und sagen einfach math.pow. Also wir potenzieren jetzt diese 10 mit digits.length minus 1 minus i. Und dann return die new number. Und das ist jetzt im Grunde die Lösung. Das heißt, wenn wir jetzt hier hochgehen und einen uint erstellen, uint number ist gleich zum Beispiel 3, 2, 1, 5, 6, 7, 4. Dann haben wir ja hier die Ziffern von 1 bis 7 drin. Und wenn wir jetzt hier ein Console-Write-Line machen und Sort-Digits aufrufen und da diese Number einfach übergeben, dann soll hier diese Zahl im Grunde rauskommen mit sortierten Ziffern. Machen wir noch ein Console-Read-Key hin und testen wir das Ganze mal. Und siehe da, Die Ziffern wurden sortiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hat also wunderbar funktioniert. Und weil wir uints verwenden, können wir hier natürlich keine negative Zahl übergeben. Und ja, in diesem Sinne sind wir auch mit der heutigen Aufgabe fertig. Wie gesagt, in der Videobeschreibung ist ein Link zu meinem Bubble-Sort-Video. Das kannst du dir ja mal anschauen, falls dir das noch nichts sagt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zur Verlosung von heute. Wie jeden Tag in diesem Adventskalender haben wir natürlich auch heute wieder eine Verlosung für euch. Heute verlosen wir unseren Microsoft SQL Server Masterkurs. Wenn du an diesem Gewinnspiel teilnehmen möchtest, dann musst du einfach nur folgendes tun. In der Videobeschreibung ist ein Link zu unserer Instagram-Seite. Diese musst du abonnieren. Und zum heutigen Türchen haben wir auf unserer Instagram-Seite auch einen Post verfasst. Den heutigen Türchen-Post musst du dann auch einfach noch kommentieren. Und dann nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil, wenn du unsere Seite abonniert hast und diesen Türchen-Post von heute kommentiert hast. Morgen um 15 Uhr wird der Gewinner dann in unserer Instagram-Story bekannt gegeben. Und auch auf Instagram per Privatnachricht kontaktiert. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei diesem Gewinnspiel. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Auf Wiedersehen.